Wenn man hier an der Frankfurter Börse nach einer v-förmigen Erholung der Börsen und der Weltwirtschaft fragt, dann heben sich nicht gerade dringend ganz viele Hände in die Höhe. Aber einer sagt, unter gewissen Voraussetzungen ist es möglich, dass sich Wirtschaft und Aktienmärkte v-förmig erholen. Das ist Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Er ist mir jetzt telefonisch zugeschaltet, telefonisch zugeschaltet, so heißt das. Und Herr Zwermann, Sie sagen, es ist zwar im Moment noch nicht so, die GDP, die BIP-Zahlen zeigen noch deutlich in eine andere Richtung, wie auch die Börsen lang in eine andere Richtung zeigten, aber eine v-förmige Erhöhung schließen Sie gar nicht aus. Unter welchen Voraussetzungen? Ja, wunderschönen guten Tag. Man muss es natürlich so sehen, dass es schon mal in dem Fall so ist, dass es niemand erwartet. Ich glaube, die Schockwirkung durch das, was wir jetzt im Moment weltweit erleben, ist natürlich so intensiv, dass man das auch im ersten Moment nicht erwarten kann. Aber ich denke, wenn man dem Virus an sich folgt, und da ist China vielleicht das beste Beispiel, wo man sieht, wie intensiv es nach unten gehen kann und wie eventuell schnell es auch nach oben gehen kann, in einigen Volkswirtschaften sieht man das auch schon, wo dann eigentlich wieder etwas eröffnet wird. Ganz klar, wir sind im Moment bei diesem Abtauchen. Und wenn man sich den Chart anschaut von dem Brutosozialprodukt für Europa, dann ist es auch so, dass Deutschland in Europa wahrscheinlich am wenigsten, das spielt natürlich die Kurzarbeit und so weiter auch eine Rolle, vielleicht auch die Virussituation an sich nicht ganz so stark abtaucht und dann nachher im Laufe des ersten Halbjahres sogar noch bis zum Sommer hin eine Möglichkeit der Erholung da ist. Wir sehen, es ist nicht im ganzen Fall jetzt in der Erwartung, aber sicherlich etwas, wo man überrascht wäre, wenn es in diesem Ausmaß käme. Sie sprachen China an. Wenn wir jetzt aber mal auf den Wochenchart des DAX schauen, dann müssen wir feststellen, der DAX hat sich deutlich schlechter geschlagen als die chinesischen Börsen, die festen Börsen zu Beginn der Krise und im Verlauf, die sind gar nicht so tief abgestürzt. Was heißt das im Vergleich für den DAX im Wochenchart? DAX hält sich jetzt schon die dritte Woche fünfstellig, aber v-förmig ist ja nochmal anders. Ja, also wenn man den Chart rein optisch sich anschaut, dann ist das sicherlich etwas, wo man sagen muss, das ist schon der Beginn eines Vs, wenn es natürlich auch Zeit braucht. Und wir sehen, wir brauchen natürlich für all diese Bewegungen einiges an Zeit, auch für die Entwicklungen, die dahinter stehen. Aber es wird hier sehr, sehr viel dafür getan, dass die Wirtschaft nicht total abbricht. Es wird sehr viel getan, dass wir im Grunde genommen auch an der Stelle Unterstützung haben in den verschiedensten Branchen. Rein technisch gesehen ist das, was wir bis jetzt gemacht haben, eigentlich relativ gut gelaufen. Auch das, dass wir jetzt hier nochmal diese 10.250, ich will darauf hinweisen, dass links die 10.279, das tief im Dezember 2018 war, und wir jetzt im Grunde genommen das sogar nochmal getestet haben. Um es nach oben, das V zu vollenden oder weiterzuführen, würden wir im Grunde genommen dieses Gap bei 11.447 schließen und würden dann erst an die wirklichen Widerstände, sprich diese 11.680 als 61,8% Retracement von dem ganzen Rückgang. Und wenn bis dahin die 200-Tage-Linie in diesem Bereich, die jetzt noch bei 12.230 ist, noch ein Stück runtergekommen ist, dann können wir erst darüber reden, ob das dann vervollständigt werden könnte. Aber ich bin der Meinung, selbst wenn wir bis 12.000 kämen, könnten wir hier im gewissen Rahmen schon von einem V sprechen. Okay, wenn wir bis 12.000 kämen, das ist schon sehr viel Konjunktiv. Schauen wir mal auf den Tageschart. Sie sagten 11.447, müssen wir erst mal drüber, dann noch das 68% Retracement. Wie sieht das kurzfristige Bild aus? Also sehen wir, das kurzfristige Bild sieht natürlich jetzt nicht ganz so dramatisch positiv aus, aber wir sehen aber, da wo dieser kleine Keil eingezeichnet ist, von diesem Tief bei 9.337 bis zu diesem Hoch von 10.820, sind wir wunderbar in dieser Woche am Dienstag bei 10.250 gelandet als erstes Retracement. Das heißt, genau das, wenn das hält, dann würde sich dieser sogenannte Rounding-Top, den wir da oben haben, nach oben auflösen und wir hätten die Chance, über die 10.820 zu gehen. Wir sehen unten bei der Stochastik, wir sind an diesem Stadium hier nicht so dramatisch überkauft, oder um es überhaupt klar zu sagen, gar nicht überkauft, um jetzt von hier aus dramatisch abzustürzen. Also deswegen, glaube ich, könnte es höchstens bestimmte Angriffe geben, aber ich glaube nicht, dass das Volumen im Moment da ist, um von hier wirklich stark nach unten zu gehen. Sie sagen, der beste Markt der Welt ist für Sie derzeit Dänemark. Warum der OMX? Ja, der Markt in Dänemark sieht schon viel mehr nach V aus und hat sich schon fast nach oben befreit, wie wir sehen. Also wir sind deutlich über der 200-Tage-Linie. Wir sind deutlich über dem 61,8% Retracement von der ganzen Abwärtsbewegung. Das heißt also, der Blick muss hier schon in Richtung neue Allzeithochs gerichtet sein oder in Richtung V. Natürlich, Dänemark hat die Wirtschaft frühzeitig zugemacht, hat sie jetzt frühzeitiger wieder aufgemacht. Man muss dazu sagen, es ist ein relativ kleiner Markt, aber ich finde, es findet schon hier Beachtung in dem Rahmen. Also es ist ja auch in Europa und schließlich von vielen anderen Volkswirtschaften abhängig. Es ist natürlich hier auch Alternativenergien mit dabei. Also technisch gesehen, finde ich, gibt es hier die Möglichkeit, das sind noch 6, 7% bis oben, dass man das vollendet. Schauen wir in die USA. Was auffällt, die Werte an der Nasdaq? Die haben schon fast wieder alles gut gemacht, was sie verloren hatten. Vor allem die Schwergewichte laufen schon wieder zum Teil recht ordentlich im Plus. Aber was auch den amerikanischen Markt belastet hat, wie in den letzten Tagen die Börsen weltweit, das war der Sturz beim Ölpreis. Das ist jetzt erstmal ein Abgag. Wir haben einen neuen Future, den Juni-Kontrakt, als den aktivst gehandelten. Aber jederzeit kann es ja wieder passieren, dass so ein Ölpreis negativum auftritt. Wie beurteilen Sie im Moment die amerikanischen Aktienmärkte? Technologie ist schon bald gelaufen. Nasdaq, Standardwerte noch nicht. Ja, man muss sagen, die Nasdaq ist natürlich in dem Fall vorgelaufen. Was mich dort eigentlich stört, ist, dass 5, 6 große Aktien den Index bestimmen und von der Seite her natürlich so eine Art Risiko bei der Masse liegt. Ganz speziell ist es eigentlich so, dass der Nasdaq über der 200-Tage-Linie handelt und schon sehr, sehr viel aufgeholt hat. Da könnte man auch hier vom Deutschen Tektak sagen, der hat auch die 200-Tage-Linie schon wieder erreicht. Zum Dow Jones, so wie wir ihn hier sehen, ist es so ein aufstrebender Keil, was nicht wirklich positiv ist. Wenn man aber diese ganze Struktur sozusagen retraced, dann kommen wir auf 22.920 als Korrektur für das, was wir vorhin da oben gemacht haben. Das ist eigentlich schon erfüllt. Wenn es sehr viel würde, werden es ungefähr 22.000 werden und würden von dort ansteigen. Wir sehen, selbst bei 26.600 liegt hier schon die 200-Tage-Linie. Also das ist auch so etwas, wenn die Märkte hier nicht nach unten durchgedrückt werden, wird es weiter nach oben gehen. Gründe dafür liegen sicherlich bei dem unglaublichen Geld, was sozusagen in die Märkte geschoben wird. Federal Reserve Bank tatsächlich die Liquidität so unglaublich ausgeweitet hat. Wir brauchen ja hier nicht mehr von Anleihekäufen oder derartigem zu reden, sondern hier werden ja tatsächlich auch Junkanleihen und alles gekauft, was eigentlich für ein Risiko da ist. Natürlich, der Ölpreis hat hier ziemlichen Schaden angerichtet, aber ich glaube, auch da sind wir erst mal im unteren Bereich angekommen. Okay, also Ölpreis hat auch dort Schaden angerichtet. Und man darf ja nicht vergessen, die Maßnahmen, die die FED ergreift, das machen die ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern das sind wirklich Notmaßnahmen. Junkbonds zu kaufen, ist keine Entscheidung, die man einfach mal so flapsig nebenbei trifft. Aber eine Branche, die es halt über die Monate jetzt ordentlich getroffen hat, das war natürlich der Ölmarkt, die Ölbranche. ExxonMobil hat sich aber von dem ganz tiefen Tief schon wieder deutlich erholt. Und dabei hatten wir ja jetzt gerade erst noch die Einbrüche beim Öl. Wie passt das zusammen? Ja, also ich würde mal sagen, wer ExxonMobil beobachtet hat, der hätte eigentlich diesen Ölcrash, will ich mal sagen, mit erwarten können. Denn allein im März war ExxonMobil schon auf 30 Dollar gefallen, was ganz nahe des Tiefs aus dem Jahr 2002 ist. Ja, also wir sehen, selbst 2014 hat man da ja eigentlich schon das hochgemacht. Und seitdem, wie man ja weiß, ist auch der Ölpreis sukzessive gefallen, ging hier die Aktie intensiv nach unten. Natürlich spielen hier auch Sachen eine Rolle, dass man zum Beispiel im Moment keine Aktien zurückkauft und so weiter. die ganzen Programme, die zurückgestellt wurden, aber in dem Fall ein sehr wesentliches Tief erreicht. Und insofern ist man jetzt schon auf Erholungskurs. Ich denke sogar, dass der Ölpreis sich auch erholen wird, wenn man natürlich auch zugeben muss, der Markt, der hat das Problem der Nachfrage. Und es wird vorerst erst mal keine große Nachfrage ansteigen, wenn die Flugzeuge sozusagen stehen bleiben und die Autos nicht gefahren werden und so weiter und so weiter. Und natürlich weiterhin Öl gefördert und produziert wird. Schauen wir noch kurz auf den Goldpreis. In Euro, Allzeithoch. Sie sagten aber eingangs, Sie trauen der Wirtschaft und den Aktienmärkten eine v-förmige Erholung zu. Das passt ja nicht zu einem Allzeithoch einer Krisenwährung, oder? Na ja, gut, es ist immer noch wahrscheinlich genügend Geld da, um auch Gold zu kaufen auf der Seite. Und Gold ist ja so etwas, was in einer Risk-on-Situation teilweise sogar intensiv läuft. Aber das Umfeld für das Gold hat sich in dem Maße eigentlich verbessert, dadurch, dass natürlich überall die Zinsen, speziell in den USA oder auch in vielen, vielen anderen Ländern, noch so weit gesenkt wurden, wo ja eigentlich sozusagen die höheren Zinsen oder hohe Zinsen eine Konkurrenz zum Gold sind. Also, wenn ich jetzt nirgendwo mehr Zinsen bekomme und beim Gold wenigstens noch von einem Zuwachs träumen kann, dann ist das natürlich etwas, wo ich das vielleicht sogar noch lieber habe. Zumal ich vielleicht auch noch etwas an Krise erwarte, bin ich da auch gut aufgehoben. Der andere Faktor hier gegen Euro. Der Euro ist im Moment, auch durch die ganze Diskussion um Corona-Bonds und so weiter, doch ein Stück unter Druck. Insofern steigt im Moment das Gold gegenüber dem Euro wesentlich intensiver als jetzt gegen den Dollar. Christoph Zwermann, vielen Dank. Ja, und der einen Wunsch, gesund bleiben. Das machen wir. Sie auch. Ja, also, eine v-förmige Erholung sieht Christoph Zwermann möglicherweise für Wirtschaft und Aktienmärkte. Dazu müsste der DAX aber in nächster Zeit erstmal über die 11.447 und dann weiter ein mittelfristigeres Ziel, dann die 12.000 Punkte noch ein ziemlich weiter, vielleicht steiniger Weg mit ordentlich Rückschlagspotenzial. Erholungspotenzial auch im Dow Jones, an den US-Börsen, wo man vor allem an der Nasdaq sieht, wie weit, wie gut es laufen kann. Aber da sagt Christoph Zwermann, Vorsicht, das sind nur wenige Titel, die erneut diese Rallye oder diesen Aufschwung momentan treiben. Nicht ganz zu der v-förmigen Erholung, die Christoph Zwermann erwartet, das passt die Entwicklung bei Gold, nämlich das ist ja die Krisenwährung, wieder auf einem Allzeithoch, allerdings in Euro und der ist bekanntlich im Moment recht schwach.